hey sonja ja ich habe jetzt herausgefunden ja warum die milch so fettig ist ich hab mir mal so meine theorie gebastelt ist dir mal aufgefallen dass wenn die kuh gemolken wird weil wir wohnen genau neben kühe ist dir mal aufgefallen dass die beim melken nie quietschen wegen fett von der milch der schmiert logisch